so jetzt sind wir auf dem stand von access motor und der boss aus taiwan ist hier und er hat uns was ganz wichtiges zu erzählen was er geschafft hat ist sie haben ihr side by side fertig mit turbo lader mit einzylinder turbo lader und irgendwas um die 80 ps oder 60 oder so schauen wir mal nach das side by side kommt mit einzylinder turbo triebwerk daher wird ab januar verfügbar sein leistet sagenhafte 64 kilowatt das sind in etwa 90 ps ja und access importeur michael leb hat damit ein völlig neues produkt was in dieser weise völlig aus dem wettbewerb steht auch wenn es äußerlich zugegeben natürlich ein paar nordamerikanische verwandte aufweist